Massimiliano Allegri unter massivem Druck. Der AC Mailand steckt knietief in der Krise. In der Liga auf Platz 13, in der Champions League unter Zugzwang. Vor dem Auswärtsspiel gegen Celtic Glasgow. Und nun sollen laut italienischen Medien gleich fünf Spieler zu spät zum Sonntagstraining erschienen sein. Allegri streitet vehement ab. Ich bin fassungslos. Denn diese Geschichten stimmen nicht, dass fünf Spieler zu spät zum Training gekommen seien. Und die Leute, die diese Geschichten streuen, kommen von unserem Trainingskomplex. Einer der angeblich Verspäteten, Mario Balutelli, der noch um 5 Uhr in der Nacht zuvor Zeit zum Twittern gefunden hatte. Sissi Sien, schrieb er. Nun wird spekuliert, was er damit meinte. Unterdessen hat Milan Probleme genug. Nach dem jüngsten 1-2-1 gegen Genua blockierten 300 wütende Fans die Abfahrt der Mannschaft aus dem San Siro. Es ist normal, dass die Fans viel von uns erwarten. Und wir teilen ihre Sorgen, jeder hier, alle Mitarbeiter. Wir geben uns große Mühe, besser zu werden. Aber wir brauchen die Unterstützung unserer Anhänger. Und dass wir lieber auswärts spielen als zu Hause, stimmt nicht. Wir spielen am liebsten im San Siro. Vielleicht aber nicht mehr lange unter Allegri. Schon am Samstag stand der Haarscharf vor dem Rauswurf. Das Spiel in Glasgow ist seine letzte Chance. 기도 Ausdrucken Inscheiden Ausdrucken util In�� Insch IM Insch